Fest für arme Menschen Fest für arme Menschen Fest für arme Menschen Das ist dann der Abschluss und danach kommt jeder eine kleine Stadtgeschenke zu Weihnachten. Ich hoffe doch, dass er etwas mit über die Feiertage mit sich nimmt. Es gibt schwere Not in der Stadt Ludwigshafen am Rhein und im Rhein-Pfalz-Kreis. Menschen brauchen mehr Hilfe als nur an einem Tag. Werden Sie sich weiterhin engagieren, auch im kommenden Jahr? Sicher. Ich versuche mal ein Mensch, das Möglichste. Aber da ich eine Höhung hineingeführe, ist die Zeit auch jetzt begrenzt. Aber was ich mache, muss ich machen. Was brauchen Sie am notwendigsten, um den Menschen in Noten zu helfen? Sachspenden und kleinere Geldspenden, dass man jemandem auch aus finanziellem Hilfe kann. Was aber im Moment nicht zu kommt. Wie sind Sie in die Beziehung zu den Menschen getreten, die obdachlos sind, die auf der Straße erfrieren, beziehungsweise eben auf der Straße leben? Ich spreche es nicht weiter an. Wenn ich sehe, es ist jemand in der Not, spende ich meistens einen Euro oder zwei und spreche sie an. Wenn sie kommen, dann sind sie herzlich eingeladen. Wenn sie überhaupt keine Bestimmkontaktik, dann kann ich gerne zu bald, ich helfen kann, endlich. Ich wünsche alles Gute und Gutes gelingen im Interesse der Menschen, die hier noch sind. Vielen herzlichen Dank. Soweit einige Informationen über das Fest für arme Menschen am 22. Dezember, 12 bis 19 Uhr, von Elvira Fabian Koma, der Veranstalterin, die dieses Fest in privater Initiative organisiert, für Menschen in großer Not. Und es werden noch dringend Helfer und Spender gesucht. Sie können uns anrufen, Sie können Elvira Fabian Koma anrufen, wenn Sie spenden wollen, dann können Sie. Telefon 0621 529 2382. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke.